Pssst Hahahaha Was ist das denn für ein Tryhard? Samus Sinsser mit dem Spiel Ja, wirklich Wie dunkel Samus Hallo und herzlich willkommen rö... So in einem weiteren Folge Smash Heute sind wir ultra lustig, heute spielen wir mit nur Pucke-Bällen die ganze Zeit spawnen Ja, also wir sind ultra funny Man hat uns über Bescheid gesagt, wir hatten nicht mal ein Briefing, so lustig war's Ja Aua, ich bin angeschossen Warte Wo bleiben die Pucke-Bälle? Ah da, guckt da ist einer Los wird der Cracker, wirf's raus Da Oh, hier, ich hab ein Dings Ich weiß nicht wie es heißt So ein Ding hab ich Das wird aus dem kleinen Fuchs Ja, genau der Aua, was soll das? Pucke-Bälle, okay Oh nee Oh nee Los Teddy Bear Oh, ich hab überlebt Nein! Oh Gott, der Teddy Bear schlägt glaube ich Warte Aua Zu dem geh ich nicht hin Ich bin auch nicht zu dem hin Ist doch nütch Nee, gar nicht Nee, gar nicht Nein, nicht noch ein Pokéball Nein Oh, was ist diesmal? Oh, der schießt glaube ich nach oben Da, nimm mal einen Pokéball Ich opferd Ich opferd Ich opferd Feueregut Oh, da ist wieder eins Oh, da ist wieder eins Oh, da könntest du auch weg Wintercracker Und es geht einen um, wenn man auf dem Boden steht, oder? Oh Gott, Wintercracker Äh, da legt jemand auf Ja, kein Problem Tito! Ja! Nein Tito verwandelt sich Oh nein, jetzt haben wir den zweiten Samus Ach ne Nein, nicht noch ein Pokéball Oh nein, jetzt bin ich hier irgendwie im Boden drin Oh, ich verstecke mich hier oben Oh, du hast ein Pokéball Ja, ich hab's Und auch nicht Oh nein Oh nein Oh nein Geht auch gerne ein Pokéball Und ich hatte noch keins Oh, Tito geht Die Ziege hat den Pokéball runtergeschoben Ja, wow Ja, ich hab's gesehen Nein, nicht mehr Nein Ich will, ich will Nicht so gierig sein Jetzt tue dich zum, ey Oder versuch's Mit dem Oh, ich krieg den zum ersten Aua Tschüss Okay, was dir das wert war Ja, klar Nein Wenn ich dafür einen Pokéball bekomme Ich hab einen Pokéball Und noch einen Wintercracker, nicht mich Ich hab ein Leben weniger Oh je, okay Oh, der isst dich auf Wintercracker Warum gefällt dir das? Weil das meine ist Das war mein Ich hab den Namen vergessen Obwohl ich das Pokémon kenn Let's skip Wir sind mit zu viele Pokémon auf der Stage Ah, hä? Wir sind noch grad gar keine Kann ich wieder? Mann! Ihr staugt dann wieder aus Ich hau euch Oh, ein Evoli Zack Oh ja! Lugio 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 So, alles so Oh, das haben wir halt den Meistern weggeschlissen Ja Oh Gott 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 Gib mir den Ball Ich hab ihn gehabt Ja Das war ein Bait Das war kein Bait Ich hatte ihn Oh Oh, noch einer bei mir Cool Ich hab ihn nochmal gefangen Was wert Oh, Hüfe Oh, Hüfe Da geh ich nicht hin Oh nein Oh nein Aua, ehrlich? Oh nein Rande Ui Ich will nicht geschlagen werden Ich hab nur zwei neben Den Zocker Pass auf die Stage auf Oh Gott Meine Pokémon sind weg Oh, gib mir den Der ist ein Bait, glaub ich Ne, ich glaub nicht Ich glaub schon Oh nein Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn einfach zum Bait aus der Hand genommen Oh, guck mal, Wintercracker ist meiner Oh cool Oh, ich hab das Was macht das? Los Loooos Ach ne Der ganze Stage gezogen Ich bin nicht getroffen Ich auch nicht Ich hab meinen Meister mal genommen Da haben wir ein Goldini drin Oh 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 Ich glaub das dreht sich nicht dumm oder sowas Ah ne, das macht das ein Blazer Ah cool Oh Ich muss es werfen Ich hab's Ich hab's Los Latias Oh ne Was macht der? Tötet er mit? Ja Oh Muuu Oh der schlägt Oder was hat der gemacht? Ja Aber den kann man werfen Oh Gottes Willen Aua Muuu 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 Was macht das? Das hübsche Das äh, alle Projektile prallen daran ab Ah So warte Ahja Los Evo die Ach so jetzt kann ich einfach hier drin stehen und bin sicher von Zombie oder wie? Ja Aber jetzt nicht mehr Da Ich hab wieder den Aufess Oh ich Oh Gott der Nicht ich Da Nein Nicht mich Ja Api Oh ne Oh nein Ja ja Du bist glaub ich sofort tot Oh nein Was? Nice Na gut Wintercracker Na gut Wintercracker Wo bin ich? Achso da bin ich schon Ich dachte ich bin tot Lass dich nicht wegwehen Wintercracker ist ein Spielstuhl Ja ich werd weggeweht Der Tipp kann irgendwie zufrieden Achtung Wintercracker du bist wieder weggeweht Ja Ich wusste auch nicht wie das immer passiert Vor allem wieviel Oh Gott Abras hin und bring dich hin und her Oh Ohohohohoho Ahaha Bin Hallo Ahahahahahahaha Oh Ach mach Komm mit der Cracker Du schaffst das So Nicht Creeden Nicht Creeden für das Ding Obwohl sommer ist im Nachteil Oh ja Die hab ich noch nie gesehen Doch hast du Habe ich Oh Hallo Wie lange kannst du Steinen? 100 Tonnen. Für immer glaub ich. Ne, ne, nicht für immer. Doch, man kann ihn nicht mal greifen. Wenn er ein Stein ist, kann man ihn greifen. Oh Gott, es will. Nein, nein, nein. Oh ne. Hallo. Ich will wieder eine normale Welt, bitte. Ich versteh das grad alles nicht. Oh, da, guck, jetzt versteh ich's wieder. Ach, Mann. Du brauchst auch mal ein Pokémon. Ja, hätt ich ja gern, aber irgendwie werden die mich alle wegschnabuliert. Ja, ich muss ja irgendwie gewinnen. Ach, Mann. Du schaffst das, Widerker, ja. Ich muss nur ein Pokémon aufsammeln. Da, guck, da. Warum nimmst du's nicht? Mano. Es ist ja auch genau in so'n Heldring. Da, guck, wieder. Was soll ich jetzt machen, wenn da vier Pokémon auf der Stage steht? Oh, das kann auch lenken. Oh, das ist doch so geil. Oh, das wird ja geil. Da hättest du ganz klar was machen können. Ja. Warte, ich hab mich zweimal. Oh. War zweimal da und dann einmal. Ach, jetzt hat Trier damals gewonnen. Ja, ich pass mich an. Zum Thema. Galt. Gorgeous Willen. Da ist der erste Pokéball. Zombie hat ihn. Oh nein. Ja, Zombie, Pokéball. Zombie. Was haben wir? Die Ziege. Die Ziege. Die Ziege. Oh nein. Ich hab gar nichts gegessen. Ich guck zu, wie Winter Craig... Die Ziege hat was aufgesammelt. Die Ziege hat einen Pokéball. Oh, ich wollte ihn. Da, ich hab ihn. Die Tour. Oh, die Tour. So, jetzt kriegen wir einen zweiten... Noch, noch so ein komisches Ding. Noch so ein Teil. Oh nein, das hat mich geschlagen. Jetzt hat Winter Cracker. Winter Cracker hat die Pokémon Kontrolle. Ich hab die, die Pokémon Meter. Oh, Gottes Willen. Hilfe. Ich will auch eins. Warum krieg ich denn die Pokémon? Makao. Komm schon. Spawn irgendwas. Jetzt bin ich doch grad da. Da. Nein. Komm schon. Gut gemacht wird der Cracker. Oh man. Nein. Da. Wo bin ich? Ach so. Nein, hör doch auf. Aua. Dein Bär hat mich geflittelt. Ich hab' gemacht Bär. Ich hab' eins. Tschüss. Ich brauch's nicht. Da. Ich hab' ihn. Komm schon. Du hast ihn aus der Hand geschlagen. Nein. Oh, ich schau' die ganze Zeit auf Mordade. Da kann nicht nur zwei Gelben. Ja klar kommt. Alter. Ich, ich. Da. Kommt und töt' alle. Bitte. Wiii. Weil mein Pokémon hat gar nix. Der macht einen Strahl, der irgendwie ultra viel Schaden macht und dann nichts mehr. Leute. Ihr könnt mir auch gar nix. Was macht er hier? Dann. Aber wem gehört der? Der hat doch gar keinen Namen. Nein. Der kann glaube ich alle hauen. Jetzt haben wir den noch auf. Warum krieg ich den nicht? Bin ich zu dumm? Ich hab' was. Ja. Kleiner Hamster. Oh warte. Boah. Ich hab' ihn. Nein. Nee. Ist es meiner? Naja. Ja. Hat schon wer hat jetzt so'n kleinen Hamster. Oh nein. Wurde in die Hölle gekickt. Ja. Oh was kann das? Oh der schläft euch ein. Ah nee der verlangsamt euch. Ja. Da. Projektilhilfe. Auch der Blitz? Ist der Blitz auch ein Projektil? Ich bin lang. Ich hab' Pockeball. Ja schon. Los Bravo. Oh oh. Was kann der? Pieksen. Ja. Oh. Nicht pieksen. Hilfe. Hallo. Gib mir den. Gib mir den. Nein. Oh. Wird eingefroren. Schneebulpix. Shit. Oh Latios. Kommt es auch wieder beide? Ja. Oh nein. Aufhören. Aufhören. Oh nein. Oh nein. Komm. Oh. Der gelbe Turboman hat wieder einen Angriff. Ja ich glaub der benutzt gerade die Pressure. Du hast den Pokémon getötet. Ja. Oh. Oh was großes. Oh der von wieder. Ah der schubst. Ich will nicht probieren, so in den Pokoball aufzuheben. Aua, explodiert. Der Cracker, halt ihn auf, wir haben einen Meisterball. Der habe ich schon lange in den Müll geworfen. Warum in den Müll? Oh nein, die Faust, Gottes. Ich will nur den Bär. Der ist ultra krass, dieser Bär. Der Bär ist echt richtig krass. Ja, aber wirklich. Hallo? Warum? Oh, der Cracker! Ja. Ah, endlich. Oh nein, da kommt irgendwas. Oh nein, ja. Was kann der? Ach der schon wieder. Ach der Stunt, wenn man da ist oder wie. Ja. Jetzt habe ich wieder den hier. Jetzt haben wir wieder die, somit alle Pokémon-Hölle. Hä? Ja, ich habe noch eins. Das könnte mir wieder Cracker. Ach der rechte gehört dir. Ja, der könnte mir. Guck mal, ich kann jetzt hier stehen und spammen. Geil. Hä? Ich habe gedacht, Winter Cracker hätte es gehabt. Ich dachte, die auch. Äh. Aua. Oh. So, man hat einen Baff. Ja. Ich bin golden. Ich will nicht, dass er golden ist. Ich auch nicht. Hä? Naja, ne, ist ein anderes. Oh nein. Oh Gott. Was kann das? Das tötet ein Inseln, wenn man nicht auf der Stage ist. Ach so. Weil es sein Ultra nach unten zieht. Alter, nur Legendaries hier. Hallo? Okay, ich bin tot. Wo bin ich? Bist du echt? Ach da. Zu viel für mich. Alter, jetzt bin ich im Winter Cracker Mode. Oh. Ja, viel Spaß. Ah. Oh, das ist beendet. Bevor die Pokémon spawnen konnte. Wie auch immer du so an der Kante hängst, dass der Feuerstrahl dich einfach komplett ignoriert hat. Ja, aber man ist ja kurz unbesiegbar. Wenn man an der Kante hängt. Ja, ja. Aber dann geht ja irgendwie zwei Sekunden der Strahl. Ja, ich hab das perfekt getimed. Oh, oh. Leute, wollt ihr einen Fisch? Oder ein Steak? Hier gibt's alles. Oh nein, Zombies Charakter ist richtig gut dafür. Deswegen hab ich die genommen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geil. Ahahahahahahaha. Ach Mann. Wird er gehen durchgreifen. Das wird die in der Hölle mit Mordado sein. Ja, ich geh rüber. Nein. Mach mal. Hallo. Als ob er den... Ah ne, ich hab den. Aua. Oh, ich leb noch. So, wer hat das? Was war Bowser? Ach, die Faust. Die Faust Gottes. Die Faust. Warum ich? Oh. 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 Oh, da ist ein Pokéball. Oh. 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 Mein Pokémon hat... Oh, noch eins. Oh. 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 Den kann man werfen. Komm schon. Ah. Hä? Okay. Oh, Goldini. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ja. Ich hab ihn weggeschmissen. Haha, ich hab ihn noch. Oh, ja, ich glaub zu tot. Oh, ist er von Zombie. Er macht das, glaub ich, mehrmals und nicht nur einmal. Ja, ich bin eh tot. Oder? Ne, mach's nur einmal, oh Gott sei Dank. Oh, was ist das? Ein Dings. Die Pokémon-Leute werden uns alle hassen, dass wir keinen Pokémon erkennen. Die haben schon davor gehatet, weil ich keine Ahnung was, keine Ahnung wie genannt hab. Du hast Targeting Maru als Pikachu gezeichnet. Ach so, aber das war ja Absicht. Okay. Ich kenn den, ne? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Aua. Du musst meinen Kopf? Ja. Aua. Nein. Nein. Aber. Nein. Nein, 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 nein. Was ist denn das für ein Smashball gewesen? Hat er keinen Bock. Der hatte ja gar keinen Bock auf uns. Also wirklich negativ Bock. Oh. Oh, fuck. Warum? Oh schon, wer wollte den auffangen? Ja. Warum hab ich die eigentlich genommen? Oh. Hä, was war das? Blümchen. Ach so, das ist das, äh... Hummelhof-Blümchen. Mann. Ich werd grad vollgemacht. Oh nein. Kein Bock auf Sherox. Oh Gott, das will, was war das mit der Cracker? Ich hab, ich hab's noch mehr gefunden. Äh. Nein. Also. Oh. Man kann, man kann die Angel schielen. Ich hab gedacht, das wäre ein Crap. Nee. Ich glaub nicht. Oh. Ich hab irgendwas cooles. Der Wind! Oh nein. Oh, ich hab nur noch ein Leben. Ja, Maulata hat nur noch drei. Ja. Oh, Winterkrieger? Ja. Okay. So, wir hatten nur noch zwei. Ah. Ich hab hier die Maru. Oh, Pikachu! Ja. Ja. Leider hat mein Smash keine Reichweite, ich kann die Pokémon nicht nutzen. Oh Gott. Ja. Der Ausgleich. Der Ultra Smurf einfach. Ja, aber wirklich. So. Hoffen wir. Oh nein. Nein. Komm schon. Ich komm schon. Bei den. Oh. Geil. Nein. Ich will nicht. Okay. Das ist in Ordnung. Oh nein. Der ist bestimmt nicht in Ordnung. Oh, Raichu. Mega Raichu. Nein. Warum Raichu? Nein. Oh nein. Dioxus. Oh, der macht aber glaube ich nur einen Laser, oder? Ja. Oh, der Sponsor auf deiner Seite. Ah, die friert mich ein. Okay. Zummer wartet nur. Natürlich. Ja. Pokémon. Nein. Das ist es. Der lasert nur. Gut gemacht, meine Pokémon. Melinda hat gewonnen. Vielen Dank für's zu sehen. Schaut bei Zommer und Wintercracker vorbei. Bei Zommer gibt's auch Smash. Äh, hier den Story-Modus, Abenteuer-Modus, wie auch immer heißt, Geister-Modus. Vielen Dank für's zu sehen. Schaut bei... Ach, hab ich schon gesagt. Und tschüss. Tschüss. Tschau. Tschau.